Hallo, heute werden wir Ihnen eines der GlobeCore Einstiegsgeräte vorstellen. Dies ist die CFU-Anlage. Es hat eine Kapazität von 4 Kubikmetern pro Stunde und ist weniger als 110 Zentimeter hoch. Der CFU ist trotz seines einfachen Aussehens ein multifunktionales Gerät zum Filtern, Ablassen, Auffüllen, Ab- und Umpumpen von unterschiedlicher Art von Industrieölen. Es kann auch zum Nachfüllen und Spülen von großen Getrieben, die zur Reinigung von Diesel- und Heizöl verwendet werden. Bei der GlobeCore Filtrationstechnologie wird das Öl nacheinander durch zwei Patronenfilter gepumpt. Einer sorgt für die Grob- und einer für die Feinfiltration. Der Grad der Filtration ist nicht an das Anlagenmodell gebunden. Sie können Filter mit einer Feinheit von 25, 5, 3, 1 und 0,3 Mikron einsetzen. Bei kleinen Metallpartikeln im Öl wird das Filtersystem mit Magneten ergänzt. Die Bedienung der CFU-Anlage erfordert keine besonderen Kenntnisse. Um die Filtration zu starten, muss das Gerät zunächst über CamLock-Schnellkupplungen mit dem Schmutz- und dem Reinölbehälter verbunden, die Hähne geöffnet und die Taste an der Kontrollstation gedrückt werden. Auch die Wartung des Systems ist einfach. Der Verstopfungsgrad der Filterelemente wird mit Hilfe von Messgeräten überwacht. Wenn der Druck vor den Filtern 2,5 bar erreicht, öffnen wir den Deckel, entfernen das verschmutzte Filterelement und ersetzen es durch ein neues. Ein weiterer Vorteil des CFU sind Räder. Dank seiner Mobilität und des kompakten Designs kann das Gerät innerhalb der Werkstatt leicht von einem verschmutzten Öltank zum nächsten bewegt werden. Wenn Sie das Gerät in Ihrer Ölabteilung betreiben und alle Flüssigkeiten rechtzeitig filtern, erhöhen Sie die Zuverlässigkeit Ihrer Geräte. Sie reduzieren auch die Menge des verschmutzten Öls und die Kosten für den Kauf von neuem Öl. In welchen anderen Bereichen sehen Sie Anwendungsmöglichkeiten? Für die CFU-Anlage Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren. Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017